Der Wind trägt die Wahrheit in die Welt. Shield 616, Kursbestätigung. Sie haben Freigabe für direkten Slingshot-Anflug. Agent Coulson, alles in Ordnung da oben. Sie sollen ein kleines Scharmützel am Boden gehabt haben. Alles bestens hier. Es gibt nur noch blauen Himmel und frische Luft. Jede Entscheidung, die du von jetzt an triffst, hat Konsequenzen. Also sei gewahrt. Besser. Es ist die Kavallerie. Das zu sehen ist immer wieder faszinierend. Koordinaten registriert. Besthalten. Die Kavallerie. Werden die mir einen Kratzer reinmachen willst. Soll ich ihm folgen? Nein. Ihr Ortungssystem würde uns aufspüren. Ich hoffe, die Zeit hat gereicht. Das ganze Risiko für einen Quinjet? Nein. Für das, was wir damit anstellen können. Verschwinden. Zu Geistern werden. Denn so müssen wir jetzt leben. Im Schatten. Um die Menschen zu retten. Auch wenn sie es nicht wissen, es nicht wollen. Und nur nicht auf dumme Gedanken kommen. Denn das ist nur die Spitze des Eisbergs. Verschwinden wir hier, bevor dem Eisberg der Sprit ausgeht. Hier ist Morse. Ich habe Agents an mehreren Orden in Position. Wir warten jetzt schon über eine Stunde. Er hat elf Schlupflöcher im Umkreis von 200 Meilen von seiner letzten Position. Wir haben es gleich geschafft. Wir warten jetzt schon über eine Stunde. Ich habe es nicht mehr. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020